Die Stadt Uelzen ist mit ca. 34.000 Einwohnern eine mittelgroße Kreisstadt am südlichen Rand der Lüneburger Heide. Uelzen erhielt 1270 das Stadtrecht. Die Stadt am Fluss Ilmenau wurde durch den Handel auf dem Flussweg im Mittelalter auch Hansestadt. Die Stadt hat zahlreiche ältere Fachwerkhäuser und andere besondere Gebäude wie z.B. den Hundertwasserbahnhof. Nun aber zum Fluss Ilmenau. Denn meine Absicht war es ja, auf der Ilmenau erstmalig paddeln zu gehen. Der Fluss entsteht am Südrand von Uelzen durch den Zusammenfluss von Gerdau und Stederau. Zwei größere Zuflüsse sind die Wipperau und die Luhe. Von Uelzen fließt die Ilmenau nach Norden durch Bad Bewensen, Bienenbüttel, hier ist eine Kanustation, durch Melbeck und Lüneburg. Bis Lüneburg ist der Fluss sehr schön naturbelassen mit zügiger Strömung. Ab Lüneburg ist für die Schifffahrt der Fluss mehr kanalisiert und nördlich von Winsen fließt die Ilmenau bei Stöckte in die Elbe. Meine Absicht war es, nach entsprechender Vorinformation, in Uelzen am Ratzteich aufs Wasser zu gehen, ca. 10 km bis Emmendorf zu paddeln und anschließend die Strecke gegen die Strömung zurückzupaddeln. Nach der Ankunft in Uelzen habe ich zunächst die Einstiegsmöglichkeiten am Ratzteich zu Fuß erkundet und gleich gesehen, das geht dort nicht. Bin dann über die Gude Straße, ca. 100 Meter weiter in die Ilmenauwiesen gegangen und habe dort eine geeignete Stelle für den Einstieg gefunden. Ich starte jetzt mal eine kleine Paddeltour erstmalig auf der Ilmenau. Mal schauen, wie ich hier vorankomme. Oh, scheiße, Entschuldigung. Ich sehe schon mal, ich komme gar nicht voran. Ich habe dann das Boot nochmal gut 100 Meter vorgetragen und jetzt komme ich hier gleich auf die Ilmenau. Dieser kleine Graben, in dem ich jetzt noch fahre, das ist noch ein Zulauf vom Ratzteich. Jetzt bin ich auf der Ilmenau und fahre gleich unter der langen Brücke durch. Fachwerk Hausteil, so etwas über das Wasser hinaus gebaut. Ja, man sieht jetzt schon sehr schön die Laubfärbung an einigen Bäumen. Ja, rechts und links Baumbestand an der Ilmenau. Das sieht natürlich ganz romantisch aus. Hier liegt ein Baum quer. Das dürfte aber kein großes Problem sein. Da kann ich ganz gut den Kopf noch einziehen. Hier muss ich auch wieder gucken. Oben eine Fußgängerbrücke und an dem Hindernis kann ich ganz gut vorbei. Es ist schon sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Laubfärbung jetzt Mitte Oktober ist. Teilweise noch ein kräftiges Grün und teilweise schon schöne Herbsttöne in Rot oder Gelb. Gartenanlage an der rechten und linken Seite. Vor mir eine Autobrücke. Ja, die Ilmenau hat hier schon eine ganz schöne Breite. Jetzt in etwa 80 Meter Entfernung die Wehranlage vor mir. Und ich muss schauen, dass ich hier an der linken Seite irgendwo raus kann. Ja, da ist so ein Schild. Rot mit weißen Pfeilen. Da muss ich mal wohl ranfahren. Oder auch reinfahren. Mal schauen, wie es da aussieht. Hier an der rechten Seite kann ich jetzt aussteigen und das Boot dann runterziehen. Treideln. Jetzt treidle ich das Boot runter. Die Wehranlage habe ich damit geschafft. Alles okay, jetzt geht es weiter. Man sieht, es ist noch ziemlich diesig. Von der Sonne ist im Moment nichts zu sehen. Und die Ilmenau ist hier jetzt im Moment etwa so breit wie die Ise nördlich von Geform. Etwa 400 Meter zurückliegend war an der rechten Seite der Zufluss der Wipperau. Das habe ich aber erst später anhand der Karte festgestellt. Wieder ein starker Bogen nach rechts. Und hier kommt jetzt vor mir die Brücke der Bundesstraße 4. Die Ilmenau hat hier jetzt zum Teil den Charakter eines eingeschnittenen Wiesenflusses. Jetzt fahre ich unter der Brücke der Kreis Straße 3 hindurch. Es ist jetzt zehn Minuten vor zwölf. Und ich habe den Eindruck der Nebel, der lichtet sich jetzt immer mehr. Und die Sonne kommt ein wenig durch. Fahre ich hier mal unter durch. An den Bäumen kann man das jetzt ganz gut sehen. Die werden jetzt ein wenig angestrahlt von der Sonne. Das ist doch ganz schön. Vor mir links und rechts am Ufer wieder zwei mächtige Bäume. Ja, und jetzt sehe ich da oben auch die Eisenbahnbrücke. Und ich bin jetzt insgesamt 4,5 Kilometer gepaddelt. Vor mir ein Schwanenpaar mit Jungen. Und dann will ich mal sehen, wie sie reagieren. Oh, der macht sich groß. Vor mir da führt eine Rohrleitung über den Fluss. Ja, man sieht hier auch jetzt die schöne Spiegelung der Bäume im Wasser. Die Sonne ist da. Das muss ich schon sagen. Ich bin positiv überrascht, wie sehr naturbelassen die Ilmenau in diesem ganzen Abschnitt ist. Wirklich ein schönes Stück Natur hier im Landkreis Uelzen. Da liegt wieder ein Baum quer. Und ich will mal sehen, bzw. ich muss einfach hier durch die Mitte durch. Mal sehen, ob ich da drüber komme. Ja, hier halte ich mal etwas mehr in die Mitte. Ich habe gerade mal geschaut. Und ich bin jetzt bei 6,4 Kilometern, also etwa noch 3 Kilometer bis Emmendorf. Da an der rechten Seite ein Busch mit rötlichen Blättern. Das sieht doch ganz gut aus. Ich muss hier an der rechten Seite durch. Wieder ein Baum quer. Aber da komme ich auch gut drunter durch. Kopf einziehen. Hier gleich nochmal. Das geht ganz gut. Das muss ich schon sagen. Ich bin positiv überrascht, wie sehr naturbelassen die Ilmenau in diesem ganzen Abschnitt ist. Wirklich ein schönes Stück Natur hier im Landkreis Uelzen. Jetzt bin ich in Emmendorf angekommen, hier an der Brückenstraße. Wegen der doch stärkeren Strömung bin ich nicht zurückgepaddelt. Eine nette Dame hat mich nach Uelzen mitgenommen, wo ja mein Auto stand. Wirkliche. 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 Wirkliche.